Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich hoffe ihr habt heute Spaß bei diesem Video. Ich fange einfach an mit ein paar Wassertropfen und verteile nachher Farbe. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und habt Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Ja manchmal sind es irgendwie nur noch so Kleinigkeiten die einen fehlen in einem Bild und weiß gar nicht was es ist und in diesem Bild haben mir tatsächlich diese ganz zarten Übergänge zwischen den Kugeln ein bisschen gefehlt und am Ende finde ich es gut mit diesen Buntstiften gelöst und dann hat es mir gefallen und ich war zufrieden und es macht das Bild rund für mich. Jeder andere sagt vielleicht auch, es war vorher auch schon schön, aber für mich war es dann okay und ja, das ist hier so die letzte Phase beim Gestalten von diesem Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020